XXL-Décolleté, ein sexy Schlitz im Mini-Kleid und aufregende Oberknees, mit ihrem Outfit hat Victoria Swarovski in der zweiten Show von Let's Dance wieder für einen echten Hingucker gesorgt. Doch der heiße Look der Moderatorin kommt nicht bei allen Tanzfans gut an. Wieso Vici den Traum in Lila aber sogar ganz praktisch findet, verrät sie uns im Video. Was wäre Let's Dance ohne die schillernden Outfits? Freitagabend ist Let's Dance Zeit. Neben den spektakulären Tanzperformances der Promis sind auch die atemberaubenden Kostüme immer wieder für eine Überraschung gut. Natürlich präsentiert auch Moderatorin Victoria Swarovski in jeder Show ein völlig neues Outfit. Aber ganz egal ob lange Glitzerrobe oder sexy Mini-Kleid, unsere Vici kann doch wirklich alles tragen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.